Ehemaliger Gummersbacher, wie fühlt es sich denn hier nach dem Sieg in der Neue-Bauten-Schweiber-Arena gegen Gummersbach? Ja gut, ich glaube, jeder Sportler ist glücklich, wenn er gewinnt. Da hat man immer ein gutes Gefühl. Schade für Gummersbach, aber das kann man leider nicht ändern. Ich muss das Mikro so hoch halten hier. Ja, kein Problem. Aber da fahren wir jetzt eine tolle Halle mit einer guten Stimmung und ich denke mal, wenn die so spielen wie heute, dann werden die noch andere Spiele gewinnen. Vielen Dank.